ihr gelesen und ich hab die aufmerksamkeit aber auch so durch gut wer mit 500 ich bin da spielte manchen der spielte entdeckte die macht man gut kettin hat den ganzen job gemacht und dann ist es hier kettin ist in den deutschen team er hat gehört um dann hat sie eben der Liebe an wie er alles gemacht und er hat dann überlebt und er hat alles bekommen Hallo Leute! Grüß Gott! Marcel, ähm, André? Ja? Es ist kompliziert, ich weiß nicht, was ich dir zu Weihnachten schenken soll. Du bist einer der einzigen, wo ich es nicht weiß, was ich dir zu schenken soll. Oha. Oha. Äh. Ja. Führig, kann ich mir vorstellen. Battlefield 4. Sicherlich. Nein. Nein, ich hab schon mal gekauft und die Weihnachtsgeschenke gekauft, weil ich es letztes Jahr vor verplant hatte. Ich hab nur noch... Ich schenke 19 Leuten was, ne? Und ich hab... Betreib halt? Schon 13. User, join your channel. Hi, Marc! Betreib halt? Ja, ist... Ich hab mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Ich schon. Ich hab auch schon... Oh, ich hab Abends Kalender für dieser und dieser gekauft. Das ist ein wirklich heißer Mann. Ein wirklich heißer Mann. Diskutiert mit Max drüben. Max hab ich auch was richtig geiles gekauft, aber ich sag's nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So schlecht wie Martin spielt, ey. Okay, ich glaub ich schenk Martin auch noch was. Oh Gott, ich schenk dich. Nein. Allen was schenk. Okay, Martin schenk dich dann nicht. Nein, okay, dann nicht. Nein, okay, dann nicht. Ich will Marcel nicht schenken, aber ich mach's trotzdem. Einfach so. Einfach so. Einfach so, weil wir labern über irgendeine Römer. Aber wenn die Kekse sind, ganz ehrlich. Tschüss.